Wollen Sie mal was Merkwürdiges sehen? Nein? Okay. Er hat keine Schuhe getragen. Was? Können Sie auf, wo Sie hin tragen? Fuß. Ein Heckenschütze läuft doch nicht Bahnfuß. Wir sagen das nicht 6 Uhr morgens. Da war es noch eiskalt. Möglicherweise war es ein Indianer. Sie meinen ein indianischer Heckenschütze? Ein Zeichen seiner Auflehnung. Gegen die Technologie. Das ergibt nicht ganz so viel Sinn. Eigentlich überhaupt keinen. Naja, Indianer eben. Was soll denn das bringen? Lieutenant Tischer, das obfacht auch keine Schlange. Wirklich?